Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Durgau, Leica Geosystems, Bühler und der Mikro-Genossenschaft Ostschweiz. Liebe Gäste, herzlich willkommen zum WTT Young Leader Award 2022. Heute sind wir hier zum Feiern und Leistungen für unsere Studierenden zu ehren. Sie haben alle etwas fürs Leben gelernt. Die Jungen definieren Sinnhaftigkeit wieder viel mehr über Leistung, Erfolg und Produktivität. Der diesjährige Sieger in der Kategorie Marktforschung ist die Klientis Bank Obozli. Wir freuen uns natürlich riesig. Es ist eine mega Wertschätzung für uns, dass wir den Award nicht gegenwenden dürfen. Der Austausch war sehr interessant. Die Spannung steigt. Der Sieger erster Platz aus der Kategorie Management-Konzeption ist Lichtensteiger Bäckerei. Diese Leidenschaft, diese Begeisterung ist fantastisch. Ich bin richtig happy mit all diesen zusammen hier oben zu stehen. Ich gratuliere allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sie der einst in ihren Teams aufgenommen haben bzw. sie ihren Platz gefunden haben. Von der Ost, vom Team, von uns allen herzlichen Dank und feiert wirklich ausgelassen. Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Soletaler Recycling, Bauwerkparkett und der St. Galler Stadtwerk. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.